So, wollen wir mal den Lungen zugucken, wie sie aufbauen? Ich geh mal eben rum. Wir sehen halt die Area hier für die ganzen Teams, die einen PC gestellt haben. Navid, Kakao! The best Kakao, meinte! Navid, schau mal, was wir hier Schönes haben. Gute Laptops, ich hoffe, sie funktionieren gut. Für die Sourcings erstmal, die direkt neben uns sitzen. Einmal den Tixo. Schöne BenQ-Monitore. Wundert Herbst sind ganz wichtig für die Jungs. Coca-Cola 7, Main Sponsor. Was ist los? Ja, wir haben auch keine Trikots an, ne? Ne, ist ja nicht so wichtig. Morgen halt. Ja. Ich hab gar keinen Trikot, ne? Kräftig am Shaken, Jajawadi. Sehr gut. Der beste Kakao der Welt. Na gut, Jungs, wir wenden uns später nochmal. Viel Spaß. Wir werden uns weiter mit Infos versuchen. Bye, bye.